. Was für ein Aufheit zu liegen, mein Gott! Super, du bist! Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Herr Fräger. Danke für Ihre Freude, danke für Ihre Freude. Bis zum Donnerstag, also die Gelegenheit, Sie helfen sich. Ich habe noch Fragen vorbereitet, denn es geht bloß jetzt und du gehst traurig. Ja, ganz genau. Und sie freut mich besonders, weil es wird gemacht.